Schachtelstandard Munition Schachtelstandard Munition Schachtelstandard Munition Oh komm Schlecht und die ist ausreichend Okay tue ich die schlechte wieder weg Das war auch blöd. Einfach mal die blöden Aktionen lassen, oder? Moment, ich hatte doch... So, dann den Frachtraum mal wieder von vorne, aber zuerst mal heile ich mich eine Runde und versuche, diesmal an dem Geschützturm, der mich eben schon zweimal zerlegt hat, vorbeizukommen. Oder, warte mal, nee, wo bin ich jetzt hier gerade? Ah, nee, lass mich, lass mich, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Hula. Puh. So, ich bin jetzt im Frachtraum... 1A. Was meint ihr? Wo ist der Zugangscode? 2A oder 2B? Was sagt ihr? Ich schätze, er ist irgendwo in 2B. Tippe ich einfach mal drauf. Wir sind halt gefährdet. Ich schätze mal ganz oben, irgendwo. Ja, der mit dem... Hier war ich eben schon. Brechi, komm her, sonst verschwende ich die... So, jetzt bin ich hier in... In 2A. Ich will aber noch 2B. Das heißt, ich müsste jetzt wieder ganz runter... Dort wirklich wieder an den Geschützturm, der mich schon zweimal zerballert hat. Und da gucken. Tun wir das mal, oder? Cargo Bait 2B. Gut. So, ich heil mich jetzt mal wieder eine Runde. Weil sonst muss ich zigtausendmal hier nochmal herlaufen, nochmal laden, speichern, jadabla. Und ganz ehrlich, das wird mir irgendwann zu viel und euch wird es auch irgendwann zu viel. Das denke ich mir zumindest mal. Deswegen, speichern, warten, bis das Leben voll ist. Und dann geht's wieder weiter. Ah, jetzt geht's wieder. Mein Fraps hat gerade irgendwas quer im Arsch steckt. Das mag ich nicht. Ich mag's, wenn meine Technik funktioniert, wie sie soll. Und, ich meine, dafür ist sie ja da, um zu funktionieren. Was anderes hat nie irgendjemand von ihr erwartet. Aber gut. Fahre ich den hier auch mal nach oben? Denn irgendwo muss dieser Code ja sein. Unser Zugangscode. Ah, vielleicht noch eins nach oben. Gut, dann kommen wir bitte wieder runter. Nee, nicht ganz nach unten. Zu mir, hier. Hallo, Aufzug. Hier, zu mir. Geht doch, danke. Irgendwas ballert da auf mich? Ich hoffe, es ballert da nur unten. Na, komm. Bei dir war ich doch schon. Ja, bei dir war ich schon. In der Kiste hier war ich auch schon. Was zum Henker übersehe ich? Dein Aufzug funktionierte nicht. Deine Knarre, die Knarre habe ich dir auch schon geholt und geklaut. Also entweder ganz unten, hier in dem Ding drin. Da hinten pritzelt irgendwas. Ich gehe jetzt mal in den Zweiten. Ich gehe jetzt mal in den Zweiten. Oh, fuck. Hier hinten vielleicht drinnen. Dann bin ich mich nicht mehr so weit gefährdet. Autsch. Schnaps. Komm her. Der war gerade gut, der Schnaps. So schnell bin ich auch wieder nicht. So, ich bin jetzt hier wieder genau dort, wo ich eben gestorben bin, allerdings mit einer defekten Laserpistole. Und etwas mehr Leben. Ich hoffe jetzt, dass ich diesmal diesen Scheiß-Turm umgeballert bekomme, aber zuerst mal das Ding hier versuchen zu reparieren. Oh shit. Fuck. Nein. Nein. Ja. 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 Kann wieder verwendet werden. Gut. Schön. Alles wird gut. Naja, zumindest irgendwann einmal. Ganz ruhig anschleißen. Schießen. Schießen. Rüber einziehen. Was saufen. Eine Spritze. Ja, ich weiß, im Moment fresse ich die Spritzen doch ziemlich, aber ganz ehrlich, hier ist keine Wiederbelebungsstation und so langsam kotzen mich diese Lagerhallen wirklich scheiße an. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, du siehst mich nicht. Aber ich bin nicht da, ich bin da, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Nicht auf den Turm schießen. ginger falling, her ich bin da. Du siehst mich nicht. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Fuck. So kann ich es auch machen. Springen und schießen. Das war auch gut. Auf die Idee hätte ich ein bisschen früher kommen. Nein! Oh, scheiße. Möfi, du bist ein Arschloch und guckst mir echt beim Sister-Hip-Schock-Spielen zu. Das ist gemein. Hab ich denn noch Panzerbrechende? Nein, natürlich nicht. Ach, ne Psi-Spritze. Ne Serumspritze und ne Flasche Schnaps. Leck mich. Moment, ich hab doch ne Batterie dabei. Oder? Hatte ich doch zumindest. Wo ist die denn? Wo ist meine Batterie? Eine Dose-Cola. Heißt sich die Sau jetzt wieder. Wartet mal hier oben. Können die mich ja kaum sehen. Da warte ich jetzt einfach. Bis sie jetzt beide wieder weggehen. Ne Moment, ich könnte da hinten die Kisten kaputt hauen. Ich mein, hier scheinen sie mich ja nicht zu sehen. Und dann könnte ich mich von hinten an ihnen vorbeischleichen. Das wäre ja möglich. Oder? Ich versuch's. Was soll's? Was hab ich zu verlieren außer mein Leben? Nichts.